Beides Sagt euch doch weg mit dir Jetzt ist Pache gut Komm her Pache Sollte ich Donner machen Leute Ja komm schon Donner Nein Oh mein Gott du bist der beste Pache Boom Ah wie hast du es überlebt Ja Lichtschild sorry Leute Langsam frage ich mich warum ich Pache ins Team genommen habe Ich wollte eine Abdexung wirklich Leute Das ist das erste Mal dass ich dieses Viech da in meinem Team habe Okay jetzt kann ich mal mit Zero kämpfen Auch wenn es kurz wird Ja geh melde deinen Bus Der Baba ist im Haus Pache Zero Pache Dr. Stor Oh mein Gott Skunker genau das mein nicht Warum hast du gern Skunkern Oder wie der heißt Die Weiterentwicklung Aber ja Er hat Wem sollte das elektrisch sein Gott sei Dank habe ich ihm das gegeben Die Flinklaue Schau Goldbad Den kann ich nicht einmal besiegen mit dem Komm schon Dr. Stor Komm her Okay Steinhagel Was Du bist der beste Geh und dir jetzt Steinhagel Boom Okay Ah nein Komm schon Ich wollte nur schauen was dort ist Warum gehst du mir auf die Nerven Okay Da bin ich falsch Geh ich wieder raus Bronzong Ja Bronzl wollte ich gerade sagen Hab ich die oder nicht Nein ich habe ihn nicht Äh Äh Knirscher Überlebst du das Ja Ich bin wieder schneller Ja er hat es überlebt Du gehst mir Mach Ich Mach Welcher Du möchtest Du gehst mir Einmal Bitte seid kein legendäres Pokémon Eins Zwei Drei Ja Super Eintrag Es ist imstande Regen herauf zu beschwören Und wurde deshalb eins von den Menschen als Erntegothheit verehrt Ich bräuchte mal wirklich Mein Onkel bräuchte ihn Er ist auch Bauer und braucht manchmal Regen Äh Ich bin draußen Aber wo Nein Uff Leute Sorry Wieso drücke ich immer auf die falsche Taste Äh Einmal du Dann Doom oder Grafarek Grafarek glaube ich Tut da nach oben Was Okay Sorry Komm schon Habe ich dich gefahren Wechsel 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 Witte Unknüten Seine Attacken sind Vierfache Effektiv Felskrab Dann sieht er uns nicht mehr Oder nein Er wird dir langsamer nur Und er stirbt Und er wird dir langsamer nur Und er wird dir langsamer nur Und er wird dir langsamer nur Weg oder was hier Ich habe keine Ahnung Leute Ich gehe einfach Wohin fühlt mich dieser Weg Ist da was zu holen Nein Nur Moshok Nervt einen Weg mit dir Moshok Fast fast Da gibt es sicher etwas zu finden Ja Riesenpilz Ist auch gut Ist auch gut Kann man teuer verkaufen Nein Nein Den brauche ich aber Stupal Überlebst du das? Aber der überlebt Ist natürlich normal Nein Ich fange ihn einfach Leute Egal Ist mir wirklich egal Er heilt sich da durch Oder? Nein Bleib drin bitte Bleib drin Was? Ja Beim zweiten Ball Danke Jetzt muss ich Doom und Dings trainieren Okay Eintrag Dieses Pokémon wird auch das Eismonster genannt Und bedeckt weite Gebiete mit Schnee Indem es Schneestürme hervorruft Ja das tut es wirklich Okay Doom nach vorne Spooky nach vorne Entweder kann ich da rein Bist du lebensmüde Golbat? Obwohl mit dem kann ich ihn nicht einmal richtig besinnen Ja Ciao Mann sitz ich Warte Das ist der richtige Weg Das ist der richtige Weg Ich versuche mal den anderen Zurück 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 Okay Weg Ausweichen Ausweichen Und raus Und von hier wieder Rad nach oben Ja Und dann von hier Einmal verschieben Auf einmal ist der andere Weg richtig Aber ich glaube Das ist der Das sehe Ein anderer Weg Weil es so seitlich ist Oder? Leute Ich bin verwirrt Wo bin ich hier gelandet? Klar Wie hast du es über Okay Es ist tot Ja Mach deine Attacke Nicht effektiv Man sieht sich Hättest dein Pokémon Heim sollen Du hast nur ein Goldbart Okay Und der schimpft sich Trainer Ähm Schauen wir runter Leute Irgendwas muss hier sein Lass mich mal Zwei Schritte gehen Hippie Du bist nicht einmal Scheine Du ums größte Feind Größtes Albtraum Alter Ein Pipi Äh Geh rauf bitte Und da ist wieder nichts Vielleicht ist sowas Ja Schon wieder ein Riesenpilz Einmal da runter Und dann da runter Hallo Nette Dame Wissen Sie wo Cyrus ist? Warum haben alle diese Frisur? Hat der einmal Bekannte Oder einen Bekannten Der diese Frisur hatte Und er mochte es Aber wollte es selbst Nicht tragen Schaut euch die an Kommt mit einem Wampel Mit einem Wampel 34 Dieses Ding entwickelt sich schon Mit 6 oder 7 Level Oder vielleicht 9 Ja Hättest den anderen Zug Putox Entwickelt Das ist schaffst Und ein Flamm war die Flamme Tschau. Ja, natürlich verlierst du. Was hast du erwartet? Wartet. War ich von hier, oder? Ja, nein, ich bin wieder zurück. Hallo, Georg. Ja, ich mag dich auch nicht besonders. Leute, wisst ihr was? Wir haben schon die... Wir sind wieder am Ende. Ich verabschiede mich dann von euch. Wir sind sich dann nächstes Mal. Da erkunden wir dann diesen Gebiet dann richtig. Und ja, ich wünsche euch ein... ...schönes Wochenende, würde ich mal sagen. Bei uns ist es zumindest Wochenende. Man sieht sich dann, Leute. Bis bald.